Das ist Peter. Peter ist verliebt in Lisa. Lisa liebt Peter und Kuchen. Lisa hat morgen Geburtstag. Ihr Glück und Peters Pech. Denn das geschah heute Nachmittag. Es gab eine Muffin-Explosion. Peter braucht nun Hilfe. Gott sei Dank gibt es die Dr. Oetker Back-Familie. Das ist die Dr. Oetker Back-Community, eine große Back-Familie und Peter ist ein Teil davon. Er ist nämlich einer von 30.000 Kuchengenießern, die schlemmen nur und backen nicht selbst. Peter lockt sich ein und kontaktiert Hilde, weil Hilde macht's persönlich. Das ist Hilde. Hilde ist eine der 7.500 Back-Meisterinnen in der Dr. Oetker Community. Hilde liebt es zu backen und verdient somit ihrem Hobby Geld. Peter bestellt bei Hilde ihren viel prämierten Liebes-Muffin mit Liebes-Schwur obendrauf. Die Zutaten zum Backen bekommt Hilde vom Dr. Oetker Lieferservice. Hier bekommt man jetzt neuerdings alles rund ums Backen direkt ins Haus. Einfach und bequem. Da ist alles dabei, außer Back-Talent. Das hat er Gott sei Dank Hilde. Hilde schickt den mit Liebe frisch gebackenen Kuchen per Lieferservice an Peter. Der Muffin ist nun endlich da und Peter ist gerettet und Lisa ist überglücklich. Liebe geht halt durch den Magen. Klingt komisch, ist aber so. Und bitte weitersagen, die Back-Familie sucht noch Rezeptentwickler. Danke schön.